Ja, hallo zum neuen Funko Fusion Video. Wir sind in der Welt von The Fink und wollen in den nächsten Gastlevel rein. Dazu müssen wir mit Scott Pilgrim erstmal die Glasscheibe hier zerstören und mit dem Geschütz das aktivieren. Und dann geht auch schon die Türe auf und wir können das Gastlevel starten. So, nebenbei ein bisschen Kohle sammeln. Wenn wir was kaufen können. Wir sind bei Sean of the Dead. Und schauen, ist das eine Begleitmission. So, Liz. Der lebt noch, oder? Oder hat sich noch die Brille wegquedelt? So, weiter geht's noch. Alter, das kannst du nicht bringen, mein schwaches Herz. Ich hab hier hinten noch gar nicht geguckt. Bevor wir jetzt da... Spinst du oder was? Ich kann mir auf jeden Fall noch Kohle sammeln. Was gibt's denn hier noch in der Nachbarschaft? Außer Zombies. Oder irgendwas müssen wir doch bestimmt wieder sammeln, oder? Und die will mir das Gehirn auslutschen. Was schmeißt denn der da? Das ist ein Schuh oder was? Äh. Was schmeißt denn der da? Komm mal nieder. War ja klar, oder? Ey. Sowas linkes, immer. Das war doch eben seiner Welt, Blimey. Okay, aber Gartenzwerge würden da eigentlich ganz gut passen zum Sammeln, aber ist leider nicht so. Was haben wir denn hier? Das ist nichts für die Kamera, oder? Auch wenn es ein bisschen so nachtrag ausschaut, aber hier hat man ein Waffenteil. Die Frage ist, wieso ich das da hinterbringe? Toll. Juhu-U's. Oh, cool. Ah, da rein. Oh, da kann ich Sean nehmen. Oh, das ist cool. Nehmen wir doch mal Sean an. Na, schratti. Ja. Okay. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt hier schon alles haben. Wir gucken noch mal rum. Da ist ein Schalter. Was bewirkt der? Ich weiß nicht, wieso, aber da drüben ist auf jeden Fall einiges. Und der Schalter? Ich glaube, das ist dann von der anderen Seite, oder? Da ist ein Verstärker. Hallo? Sind hier Zombies? Ne, das ist das nicht unzoll. Ah, Schaltladen. Also, was muss man sammeln? Okay. Da drüben ist auf jeden Fall was zum Basteln. Da geht's nach hoch. Ah, Zombie. Ciao. Hm. Und Zombie muss mal baden und duschen, ha? Der duscht sich wirklich hier. Tja, wie sie es unten zensiert haben, dass den Zombie ja nicht nackt sein kann. Hallo? Können Sie ihn nicht mal töten? Boah, ey. Hat nicht der Globerwür hier, ey. Jetzt kannst du bald als Währung einsetzen bei denen. Aber irgendwas muss es doch hier geben. Okay. Also, ich muss den Charakter wechseln. Huh. Wo kommst du denn so her? Das Quizzer springt mir irgendwann mal an, ne? Okay. Dann brauchen wir. Dann hätte ich das lassen können. Was wollte ich jetzt? Ach, häng mal. Den da. Dachte, schau, wer kommt da, ne? So, ich habe immer die Angst, dass das zwischendrin mal aufhört. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, okay. Charakter könnte man wechseln. Brauchen wir bestimmt. Ah. Machen wir erstmal eine Zombie-Freine-Zone hier. Sieht gut aus. Oh, das hätte ich vielleicht noch gar nicht machen sollen. Ah, da muss man sowieso noch das Gas-Dings rausbauen. Ich wollte mich nämlich hier erstmal umschauen. Hier ist nichts mehr, ne? Außer das hier. Schau an. Das hat man fast übersehen. Aber auf der anderen Seite... Aber da ist er noch. Nee. Aber gleich. Aber ich habe nichts zum Bauen, ne? Gab es hier was zum Bauen? Weil ich bräuchte ja Trampolin und so weiter. Habe ich nicht. Habe ich hier generell nicht. Das ist mein Problem. Okay. Okay. Und hier los. Okay. Okay, da können wir... Bäh. Okay. Da ist was auch gerade in der Kiste. Ansonsten. Aber man kann da rüber. Da ist auch Silbe in der Kiste. Ich hoffe bloß, ich komme da auf oder raus. Weil wenn ich mich da einmal festfranze, dann war's das. Aber ich würde schon gerne mal rumgucken, ob hier was ist. Da geht's doch rein. Ach, das war... Ah ja. Da haben wir angefangen. Da kommt man rüber. Cool. Kann man auch was aufmachen? Schauen. Da muss man was sprengen. Das sehe ich doch jetzt schon. Aber warum treffe ich den nicht? Ah. Wer grunzt? Wo geht's denn hier hin? Ach, das ist mein Fahrtweg. Da werden wir so oder so hinkommen. Oh, da ist ein rote Toil. Wäääh. Also es ruckelt nach wie vor, immer noch ein Ring. Aber da waren wir noch mal nicht, oder? Also auf der Seite hier. Da ist... nichts. Da kann man auch nicht reinspringen. Möchte ich auch nicht. Komme ich nicht mehr zurück. Ich dachte, ich hätte da eine Truhe noch gesehen. Eine Geld-Truhe. Da war ein Kaffee, Jungs. Was? Du bist noch nicht tot. Moment. Da schauen wir natürlich auch noch mal kurz rein. Aber ist nix. Da kommt man da drüber. Ihr vermehrt euch wie die Karnickel. Also macht ihr es heimlich, oder was? Und den nehmen wir mit. Das Gute ist da immer aufgeschwenkt schon. Der auch. Was ist da drin? Hallo? 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 Hinten, oder was? Oh, jetzt bin ich jetzt ein Zombie. Mach schon jetzt einen Scheiß. Gute. Man kann also zum Zombie werden. Das ist ja eine kleine Geschichte. Oder brauche ich ihr Geschütz? Von der her. Ah, da brauche ich auch noch was. Okay, alles klar. Wo war denn das? Das war doch jetzt hier irgendwo, ne? Ähm, nee. Das Geschütz brauchen wir. Wir müssen zweimal laufen. Wir brauchen den Verstärker auch noch. Tussi, alle. Lass mich doch das erstmal lösen hier. So, das magst du schon. Und einmal Versteiger, bitte. Okay. Ach, da ist Wasser. Deswegen geht es nicht. Warte mal. Und warum? Hier ist ein Rad. Da kommt das Wasser hin. Nein, ich muss aus dem Dach. Zum Kotzen. Ich kann den Versteiger nicht hinstellen oder nicht bedienen, weil Wasser am Boden ist. Also, brauchen wir das da auch noch? Hey, Jungs, wir müssen warten im Auto. Oh, hast du was verloren? Da krieg ich gerade Prügel. Ist mir aber egal. Halt, ich brauche doch das Rad. Mensch. Na, komm her, du Sau. So, ich habe euch ja ein bisschen geholfen. Muss erreichen. Okay, aber jetzt geht's, ne? Ne, hier ist noch Wasser. Das wird's doof hingestellt. Was für ein Drama um das Ding hier, ey. Oh, da kommen sie aber. Das ist die andere Seite, die wir mal gesehen haben. Okay. Dann bin ich doch ein bisschen beruhigter. Warte mal, was ist das hier? Na, schau an. Wääh. Kannst du ja nicht machen, ne. Also, die Hitbox, ne? Das ist ja manchmal schon ein bisschen doof. Kannst du jetzt so richtig ums Auto rumschießen. Aber okay, ist ja kein richtiger Shooter. Oh, ist hier noch irgendwie was von Wichtigkeit. Da hat man was Rotes. Und da hat man auch eine Waffenkiste. Möchtest du zwei sein, ne? Ja. Basteln können wir hier auch was. Schauen, ob hier was liegt. Das sieht gut aus. Da ist nichts versteckt, ne? Nee. Okay, dann können wir hier notfalls basteln. Okay, müssen wir alles haben. Warte mal. Da brauche ich doch Packer Rodgers. Äh, ne Packer Rodgers. Wie komme ich jetzt auf Packer Rodgers? Auf Starbuck. Äh, Starbuck. Brauche ich. Ah, da zieht das Auto weg. Ehrlich, wirklich? Das kostet man Tausender. Die Gasflaschen waren Tausender. Was ich für euch Geld ausgeben muss. Jetzt, bumm. Das hat mich versprochen, ey. Was denn da? Da kommen wir alle in die nächste Harte. Mach das auch nicht mal an oder? Da haben wir alle in die Harte. Dann haben wir alle in die Harte. Da haben wir alle in die Harte. Da haben wir alle in die Harte. Da haben wir alle in die Harte. Hier rollen Köpfe. Die eine Ecke, da müssen wir durchs Untersuchen hier. Aber für Geld lasse ich alle stehen und liegen. Ich weiss nicht warum. Ist so ein Blut. Okay, aber... Komm schon, du bist vielleicht 10 cm groß. Du kommst nicht über den Zaun. Du brauchst einen höheren Ausgangspunkt. Kombiniere das mit einem Foxo-Sketchett. Dann schaffst du es sich über den Zaun. Also, Sprungbrett? Oder was? Okay, jetzt schauen wir uns jetzt trotzdem erstmal... Da brauchen wir He-Man. Und das geht nicht. Und da brauche ich... ...ein Kristall. Der Kristall liegt aber hier schon. Okay, jetzt allererste... Nein. Da ist Megaman versteckt. Ich seh schon. Ich brauche He-Man. Schau bloß, ob hier noch was ist, irgendwie. Oh, ich seh grad. Muss er besser die Umwelt verschmutzen. Ich hab einen Durst hier. Ah, hier. Aha. Und natürlich geht es nicht mit denen. So, und jetzt brauchen wir über das Starbuck. Okay, Hammer. Und für ihn, glaub ich, noch drei Schallplatten, ne? Zwei oder drei? Also, da rein ist nix. Da rein auch nicht. Okay, was war jetzt hier? Sprungbrett oder sowas. Ich seh schon, auf der anderen Seite ist ein Schloss dran. Kann ja sein, dass mein Vater ist da rüber. Wir probieren's erstmal mit dem Sprungbrett. Das ist das Einfachste. Naja. Na? Ah, ich komm da nicht rüber mit dem Ding. Okay, wie schaut's da oben aus? Da muss was her. Okay, seh ich da schon. Da kann ich auch was basteln. Sehr schön. Wo geht's hier hin? Okay, vergiss es. Hä? Ist das ohne Strom? Ist mir egal. Brauche ich nicht. Geringer Bestand und das Blöde ist, ich brauche dich hier. Ich kann doch mal den Ding raufhüpfen, ne? Da hinten ist Megaman. Okay, so sieht's doch ganz gut aus, oder? Nein, die Gäste hier. Ja, wenn ich dann bloß... Ich hoffe, das funktioniert. Oh, Wahnsinn. Die kommt ein eher... Ich dachte, der ist der geschützter Bereich. Fahrt halt einfach über die Trieber. Stell doch doch mal an... Die stehen da wie ein... Wie die helfen mir. Kann es sein, dass es der Alarm ist? Oh, ich brauche da ein paar Grotters. Das glaube ich doch jetzt nicht. Äh, nicht, Brotters. Starbucks. Au. Wie hierher kommt, ey? Können wir jetzt mal fahren? Der Alarm ist doch aus, oder? Hallo? Ich hab das Gefühl. Das ist es nicht. Da unten brauch ich auch noch einen Versteiger. Natürlich hab ich den falschen Charakter, bitte. Ähm, nein, du nicht. Sorry, ich hab's aber nicht reilig. Ah, da drin brauch ich wieder Starbucks. Da, 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 da. Am liebsten hab ich unter Druck. Das ist aus. Brauch ich ja keine. Oh, der Alarm ist jetzt aus, ne? Was wollen die alle von mir? Oh, der ist nicht darker offene Tür. Ach, voll? Okay, da. Was sagt er denn her? Meine Ohren, aha, das könnten bestimmt alle Zombies und... Ist doch alles aus hier, oder? Ah, da muss ich was wegbrennen. So. Hey, 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 nicht anknabbern. Nicht vor dem dritten Date. Wartet ihr auf was? Wir öffnen später. So viel Zombies gab's den ganzen Film nicht. Ach, da ist noch Alarm drin. Aber jetzt ist doch kein Alarm mehr da. Das heißt jetzt... Nur noch die restlichen Zombies hier, ne? So, ich hab gesehen, dass da drin noch was war. Ach, falscher Charakter. Okay, hat aufgehört. Ähm, ja. Du bist es. Warum mach ich das jetzt hier eigentlich noch? Das ist doch, dass ich oben... Strom kriege, oder? Ne, die Tür. Dafür. Ne, das hat sich ja erledigt. Das haben wir ja schon offen. Was ist denn jetzt wieder? Drei Meter gefahren und das war's dann. Oh, wie die Zombies spielen hier. Mit dem hier. Geld, 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 Geld. Ich hab' Miete und so weiter. Da geht's wieder raus. Schau an. Ist halt erstmal safe, ne? Also mir fehlen ja hier noch ein bisschen was. Da ist Megaman. Die machen wir dann. Wenn das fertig ist. Das kann ich doch verbrennen hier, oder? Mit Sicherheit. Was das für'n Sinn hat, weiß ich ja bloß noch nicht. Huch. Wo kommt's denn drüber? Gar keinen. Was, der ist müde? Oh, das ist ein Charakterscheiter. Da brauche ich ja Sicherung. Da hinten. Ey, wenn ich mich umschau, hast du die Fresse noch zu halten. Aha. Okay. Warte mal. Ich brauch' was zum Bauen. Das kriegen wir da draußen. Das brauchen wir blödsinnigerweise einfach mal. Moment. Und wir. Okay. 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 Das ist, glaube ich, erst Nummer 3, ne? Nein, ich wollte mir eine Pepsi reinziehen, äh, Quatsch, so, wir brauchen das nochmal, hier sind noch die Charakterschalter, ein, machen wir gerade auf, okay, und da muss ich, wer bist denn du? Ne, ich will ja nicht, ich will nicht, das müsste ja schon mal gehen, ne? Okay, ich brauche bloß nur die Sicherung, okay, da haben wir den Charakterschalter befreit, ist alles schön und gut, da, mit der Hütte da, hat es auch noch was zu tun, äh, was soll es denn da rein? Verstehe ich noch nicht. Da ist der Zweite. Ist die Frage, ob die überhaupt alle hier drin sind. Da ist der Dritte. Und die Nummer 4. Gute Frage, ne? Eins, zwei, drei. Irgendjahr voll im Fluss. Ah, schon. Haben wir ja noch irgendwo so ein Ding rumfliegen? Ich weiß es nicht. Doch, da drüben, ne? Da brauche ich ganz bauen. Vielleicht ist da auch der dritte Schalter drin. Ich glaube, das passt hier so. Achso, wir haben den falschen, ne? Ähm, hier ist der Fetschi. Jetzt. Nein. Ähm. Ach, nee, du. Kann ich das schieben, oder was? Nee. Hä? Achso. Das ist Hammer. Rot haben wir sonst nicht mehr. Also schmeißen wir mal weg. Dann blau. Das war ja toll. Wieso geht das nicht? Moment. Wieso kann ich da nicht? Ist das ein Scheiß hier? Ähm. Watsch. Wo kommt ihr hin? Moment. Ah. Okay. Mir fehlt aber hier noch ein bisschen was. Also hier ist kein Charakterscheiter dran. Vielleicht da außen? Warte mal, die drei Meter da. Da komme ich nicht rüber, okay. Oh. Oh! Hallo? Achso, wir müssen jetzt da durchwandern. Ne, jetzt muss ich das drescht abschließen. Das heißt, wenn ich schieße, falle ich auf, oder? Jetzt geht es noch nicht tief, oder was ich stöttd auf? Ich liebe dich! Oh, oh! 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 Oh, oh! Kommt der ganze Arme hin? Bloß war der Idiot da ans Handy muss. Ist ja ein dicker Waffen. Komm ich helfe da hoch. Gott, Gott, kommen wir da viele. Das ist ein Schlüssel. Komm ich stehe auf. Wer schießt denn da noch? Ähm, habe ich 60.000? Ja, habe ich. Da ist das Grünchen, aber da sollen wir sie natürlich noch nicht. Okay, da finden uns noch zwei. Wir müssen sich hier noch ein bisschen genauer umschauen. Da ist auch eine graue Kiste. Und wir müssen auch zurücklaufen. Ein bisschen was tun. Da ist auch noch ein Zombie. Der Zombie ist weg. So, ein bisschen was habe ich noch gesehen. Das ist jetzt nicht das Wichtigste, aber... Auf jeden Fall. Also zwei Schallplatten brauchen wir noch. Ja, das ist die Schallplattenkiste. Also die ist am Ende. Das ist schon mal ganz gut. Okay, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ein Waffenteil fehlt uns noch. Glaube ich. Eins oder zwei. Ich glaube eins. Ich glaube eins. Ich sehe nichts. Das haben wir. Mega. Man fehlt uns noch. Aber da fehlt noch so einiges. Oh Gott. Wo geht das jetzt, ey? Und Foxos Knochen fehlen ja auch noch. Da geht's nicht durch. Mega Minus auf der anderen Seite. Jawohl. Wie jetzt? Sag bloß, das kann man nicht mehr lösen. Ehrlich? Was ist denn das für ein Schmuh? Aber was ist denn das für ein Scheiß? Man kann doch nicht mal zurück. Dass man die Level fertig machen kann. Man muss das alles vorher machen. Was ist denn das für Müll? Ansonsten kannst du immer bis zum Schluss. Ach nee, also das finde ich link. Oder sollst du denn das wissen? Also wir können das gar nicht mehr komplett auf 100% beenden. Ach sorry Leute. Das wusste ich jetzt auch nicht. Es wäre wohl besser gewesen, das Auto im Garten zu parken. Und dann den Rest erst mal alles machen. Aber woher sollen wir das vorher wissen? Kann man leider nicht schnuppern. Ihr seid schuld. Darüber kommt man ja auch nicht. Ich hätte es gern noch fertig gemacht. Schade, schade, schade. Jetzt wissen es nämlich hier noch so einiges. Eine Krone ist klar durch die Schallplatte und die andere wäre die Charakterschalter gewesen. Und dann die Knochen von Foxo und das eine Juwel da und halt Megaman. So viel wäre es gar nicht mehr gewesen. Aber das ärgert mich jetzt eh. Aber bleibt uns leider nichts anderes übrig. Und dann geht es doch noch mal. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, das war Shaun of the Dead. Leider nicht ganz 100%, aber das überlasse ich den 100% Spielern, das Ganze hier. So, ich bin natürlich noch hoch, die Knochen können wir nicht wegbringen, aber ich will mal versuchen, ob man die silben Kronen wieder umsetzen kann. Die konnte man eigentlich vorher immer sauber abgeben, mittlerweile ja nicht mehr. Ich weiß nicht, an was das ist Licht. Geht wieder nicht. Okay. 65%, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen sich dann in der nächsten und letzten Folge wieder. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. No. I have waited, misshapen in the darkness, I have watched your world with envious eyes. Soon, I will be ready, and in countless forms, I will strike. Your worlds will fall, and your people will suffer, and then all your power will be mine. So, get ready, Freddy. Maj spokes. Da. 17 Montage Fondation 2